Einen wunderschönen guten Morgen zu den Evelsberger Traunauen hier, schon fast wie im Dschungel. Der frühe Vogel fängt den Wurm, heißt das. Tja, bin ich etwas früher aufgestanden und suche mir eine schöne Stelle, wo ich den Sonnenaufgang einfangen kann und eventuell eine etwas mystische Stimmung hier einfangen oder kreieren kann. Dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Wie heißt es so schön? Ich gehe hier durch den Dschungel der Evelsberger Traunauen an und suche mir eine schöne Stelle, wo ich den Sonnenaufgang schön festhalten kann und mal schauen, was der Tag so bringt. Ich bin ganz allein hier in der Natur. Man hört die Vögel zwitschern. Es ist eine wundervolle Stimmung hier. Und hier auf den einsamen Pfaden der Traunauer hier bei Evelsberg. Ah, ein Reh sehe ich auch schon weiter drüben. Das sieht man jetzt natürlich mit der Handykamera natürlich nicht, weil man nicht heranzoomen kann. Jetzt muss ich mich ganz ruhig verhalten. Jawohl. Ja, ich bin ganz ruhig. Tschüssi. Vielen Dank.